Hallo, hier ist wieder Marshall, ein weiteres Video und es gibt eine Reaction. Und zwar habe ich gehört, es gibt ein sprechendes Tier wieder im Kino und zwar... Ja, und da gibt es einen Filmtrailer dazu, der ist schon ein bisschen älter, aber ich habe gedacht, den gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an. Viel Spaß! Becher mit Blümchen, das ist wirklich ein Elefant aus dem Skateboard, das ist nicht wahr, oder? Er hat die Originalstimme, das ist schon mal Blut. Ich peike wacke. Ja, natürlich, die Bösen wollen mal wieder ein Luxusapparten bauen, das ist ja immer so. Ja, das ist unser Zoo. Ist das wirklich die Haller-Pforten? Da wenigstens sind die Schauspieler ein bisschen bekannt, oder? Rum! Jawoll! Mit Karao durch die Decke. Natürlich darf auch die Geheimkür nicht fehlen. Ja, ein Top-Film, wenn der mal im Kino wieder läuft oder im Fernsehen guckt, fehlt jetzt nur noch Pipi-Blocks, das war's, das hat mich gefreut, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wenn ihr mehr Reactions sehen wollt, dann gerne in die Kommentare und Pfote nach oben, das war's, tschüss. Tschüss, Benjamin Blümchen will mein Feuerwehr-Elefant, tschüss, abschalten.